Ich bin Maria Maio und ich mache diese Ausbildung, damit ich später dann mit diesem Beruf reisen kann. Mein Name ist Laura Guyer und ich mache diese Ausbildung, um den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zu spielen. Mein Name ist Chiara Katsitsche und ich werde Hotelfachfrau, da ich die Abwechslung und natürlich die Freude der Gäste dann sehr gerne begrüsse. Mein Name ist Schild Teschler, ich mache diese Ausbildung zum Diplomit und Hotelier, weil ich möchte schon lange, dass der Gast mit einem grösseren Lächeln geht, als er gekommen ist. Ich heisse Elisa Candido und ich mache diese Ausbildung, weil ich gerne einen Schritt vorausdenke. Mein Name ist Luca Löffler, ich mache das Studium zum Hotelfachdiplom, da ich gerne als Gastgeber die Gäste in der Branche begrüßen möchte und wir ein zweites Hause geben möchte. Ich heisse Alessia Bernadini und ich mache diese Ausbildung, damit ich in den nächsten vier Jahren ein Retreat-Hotel auf Mallorca machen kann. Ich heisse Alessia, ich mache das Studium zu gefangen durch. Vielen Dank.